Hallo YouTube! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction mit den Eiswolfies! Heute zur Folge 271. Das war das Männerklo! Wir sind schon total gespannt, ob ich heute aufs Männerklo muss oder halt eben nicht. Ähm, genau. Heute bin ich mal im Konfi-Jäckchen. Warum? Ja, einfach so. Tatsächlich, der Chat hat sich das gewünscht und ich dachte so, ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ich meine, es sind ja nur 30 Grad bei euch und ich dachte, ich heize euch heute nochmal richtig ein und ziehe mir eine Jacke an. So war der Plan. Ja, ich hoffe, ihr seid bereit. Ich freue mich schon sehr auf die neue Folge. Und ja, ohne noch viel weitere Worte, ne? Ihr kennt das und so. Wir hauen rein, wir schauen rein. Hallo! Willkommen bei Streamclips Germany. Sie wollten schon immer seichte, aber tolle Unterhaltung haben? Dann sind Sie hier genau richtig. Folgen Sie jetzt rein und viel Spaß! Oh, ich renne einfach durch jetzt. Ist ja schlimm. Hat gut geklappt, würde ich sagen. Sehr schöne Stimme. Hallo, Cluster! Hallo, Cluster! Doni muss ein Rätsel machen, Chat. Das wird spannend. Hä, warum versucht sie es nicht mal mit den gleichen Symbolen? Doni, warum? Doni! Paare! Paare! Warum? Warum? Oh, guck mal, geht ja! Ich bin nicht auf diese Idee gekommen. Aber warum nicht? Du könntest vielleicht einmal den Gruber anheben. Mhm. Gewicht senken, Helfer einstellen. Ich kann den nicht anheben. Oder? Hm? Du hast... Oh, lol, doch, das... Wie schnell sie auf einmal fährt, Chat. Bitte, ich kann das doch nicht. Also, sorry, diesen Fehler hätte ich auch gemacht, ne? Also, ich meine, ich werde ihn jetzt nicht mehr machen. Ich habe ihn jetzt hier gesehen, dass es so eben nicht funktioniert. Aber bei Gott, ich hätte genau das selber gemacht. Also, ganz ehrlich, ich würde es erschießen. Ich würde, ich würde, ich würde drauf schießen. Es ist schon grau. Es hat auch einen Fehler drüber. Aber das hat niemals Cell Shading. Guck dir das unten rechts an. Das ist Wind Waker. Okay, ey, wenn du sagst, das ist Cell Shading... Okay, okay, okay. Ich sag Wind Waker. Okay. Ja? Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, ich weiß, mein Körper ist unausstehlich. Unausstehlich, ja. Du hast ein Neon einfach. Neon Nova? Ja, du hast Neon Nova als Cell Shading. Ich war gerade so verwirrt, ne? Ich habe gerade kurz vergessen, dass es Zwillinge sind. Ich dachte, sie reagiert gerade auf sie selber. Ich gehe vielleicht doch einen anderen Weg. Ich hasse mein Leben. So, als er da arbeiten würde, ist das typisch hin. Was passiert, wenn ich da drauf schieße? Es explodiert. Oh, die explodieren. Und Kollege Schnürschuh stirbt. Das macht es. Und Kollege Schnürschuh stirbt. Er heißt halt auch wirklich so. Ist das nicht dein Ernst? Ich weiß auch nicht, was Kaspar Schmauser ist. Ah, ah, jetzt. Guck mal, guck mal, guck mal. Jetzt, jetzt kommt das hoch. Jetzt kommt das hoch. Oh nein. Und jetzt schnell runter. Ne, das wird nicht helfen. Nein, 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 nein. Pusten. Chat, just saying. Wenn Milch bei euch überläuft, was noch hilft? Was helfen kann in dieser Situation? Achtung, Master Trick. Was wirklich helfen kann? Pusten. Pusten. Kühlt das obere wieder ab. Euer, ja, vom Herd runter hilft auch. Stimmt, ist vielleicht noch cooler. Aber pusten hilft auch. Pusten hilft auch. Klar, ne, vom Herd runter wäre natürlich noch ein bisschen cooler. Sagen wir einfach vom Herd runter und pusten. Pusten, okay? Habe ich von Anfang an gesagt. Okay, warte, wir gucken noch mal. Chat, was in dieser Situation hilft? Vom Herd runter und pusten. Ja? Vom Herd runter und pusten. In der Kürze liegt die Würze. Doch ich mag es lang und dick. Und bist du... Ist der Kaffee noch heiß? Ist heiß, ja. Vom Herd. Was? Hat der jetzt gerade mit seinen Pfötchen geprüft, ob der Kaffee noch heiß ist? Kasi, ist halt wirklich so. Warum? Warum macht man das? Hä? Was? 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 Ich... Hä? Warum? Warum macht man das? Das ist Kinderschule. Das ist wie es. Ich lege meine Hand nicht auf den Herd und gucke, ob sie noch heiß ist. Bitte was? Was? Nein! Hallo, Anne-Wolf. Warum mache ich das da rauf auf meinen Hand, ich Idiot? Ja, warum? Genau. Warum? Oh. Ach, das ist nicht euer Ernst. Alter, was? Alter. Oh, wie bitter einfach. Zett, wie bitter. Wie bitter, bitter. Oh nein. Oha. Kasi, danke schön für deine Stufe 1. 3... Ich kann gar nicht mehr reden. Oh mein Gott. Dankeschön für dein Abo auf Stufe 3, ober Ehrenhaft. Holy shit. Dankeschön für deinen Support. Oh mein Gott, thank you so much. Alter, was? Das war knapp. Ja, er ist einfach... Ich bin schon einen Meter vor der Tankstelle. Er ist einfach genau vor der Tankstelle stehen geblieben. Weil er den Motor jetzt nicht mehr ankriegt. Der ist umgelaufen. Wir wechseln. So. Das macht man auch nicht dreimal. Als Mann... Jetzt. Als Mann machst du... Das machst du immer nur mit dem Deo von dem Kollegen, von dem du dir geliehen hast. Ey, ich muss ehrlich sagen, es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Ich habe Männer schon bei sowas beobachtet. Es ist die Wahrheit. Er sagt einfach die Wahrheit. Ist das halt wirklich so? Oh mein Gott. Das muss ich meinem Mann sagen. Es ist die Wahrheit, Tina. Es ist die Wahrheit. Er hat Ahnung. Hat er wirklich? Hat er wirklich? Ich bin da. Ich bin da, wo ich bin. Ich bin da, wo ich bin. Ich bin da, wo ich bin. Das mag ich auch. Du hast sie getötet. Und dafür dürfen all die Leute vor unseren Toren weiterleben. Oh nein, ich habe Angst. Das ist ein Scare, oder? Das ist jetzt ein Scare und dann noch ein VR-Scare. Oh mein Gott, Chat. Es kommt jetzt ein Scare, oder? 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 Ich will jetzt nicht... Warte mal. Warte, Vorbereitung, Chat. Ich stelle meinen Kaffee auf Seite. Warte, 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 so, so, okay, okay, ich bin bereit. Ich kann das nicht nochmal. Ich kann mich nicht schon wieder nass machen. Es geht nicht. Es geht nicht, Chat, es geht nicht. Ich kann das nicht nochmal. Okay, okay, ich bin bereit. Du bist ein Held für die meisten. Doch für mich bist du der Mörder meiner großen Liebe. Der Mörder meiner großen Liebe. Wie er gefailt hat, oh mein Gott. Du konntest ihn nicht in Ruhe lassen. Und warum rollt sich mein Mittelfinger so zusammen? Hä, wieso? Ich schwöre, das ist überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. So fahren wir aber die Bots nicht. Das ist so gut. Und Cyborg fährt, glaube ich, auch nicht, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was geht hier ab? Warte mal ganz kurz. Fehler in der Matrix? Was passiert ihr? Hä? Wie sie sie anfährt. Okay, und wofür ich mich laut? Darf ich jetzt ballern? Nein. Darf ich jetzt ballern? Oh mein Gott. Ich schwöre, er hat gedacht, das ist die andere Kamera. Guck mal, ich ziehe das Blick an. Der ist so von hier. Da, seht ihr das? Hier. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier. Es ist so gut. Es ist so gut. Oh, es ist lustig. Hilfe. Warte, Shit. Habt ihr es gesehen? Warte. Ich weine schon wieder. Ich weine schon wieder. Ich weine. ist recht er ist echt so ein black rapture die verzweifelt auch in seinen augen so gut diese stelle die ist einfach legendär ich schwöre die ist einfach legendär wer hat denn die kamera gewechselt die kamera gewechselt ich dachte gerade der hat einfach ein rede wo er mit der die kamera wechselt das ist angemeldet werden wenn das nicht gemeldet ist dann muss müssen jetzt auflösen ist ja klar ich glaube ich müsste das richtig eingestellt haben gebe rein dann seht ihr was ich sehe am ungewohntesten ist natürlich für mich dass ich halt ich sehe nichts um mich herum ich sehe einfach nur diesen text ich bin ich war so traurig wir mussten doch unsere maß zu abgeben an lena bevor wir das shooting gemacht haben nicht wahr ja und sandra hatte meine maße genommen und auf einmal fängt sie an zu lachen dreht sich weg und hört nicht mehr auf zu lachen ich so was ist denn los so okay ist irgendwie meine hose runter gefallen irgendwas an mir nein sie hat mir meine maße gezeigt ich bin oberkörper mäßig ein ich bin ein kasten das ist nein ach funky meine brust ist wie mein bauch ist wie meine hüfte ist wie alles ist alles ein und dieselbe zahlen du bist aber ein zauberwürfel du bist aber ein zauberwürfel du bist aber ein zauberwürfel oh mein gott wie süß er einfach ist er ist ein funky ist ein zauberwürfel chat how cute nein ich habe keinen schwarzen bildschirm hm komisch vielleicht mal ein grafikkartenabtreiber abtreiber genau abtreiber der gute grafikabtreiber alter das habe ich noch nie erlebt also das ist das ist endlevel von von paketboten ich stell doch nicht an um dann zu sagen morgen es ist 7.55 und ich habe dein paket heute nicht dabei ich würde diesen boten hassen wenn er das tun würde hä das habe ich noch nie erlebt ja vor allem guten abend wir suchen nach models für unsere neue thrombose strumpf serie omas stelzen wir bieten auch schnabeltassen und windeln an diese dürfen gerne in stream getestet und vorgeführt werden wir freuen uns auf die zusammenarbeit ja ich habe es euch nicht gesagt wuschis wir haben einen neuen partner hier im stream und zwar thrombose strumpf 24 na klar aber habe eine kontonummer bekommen ach baby kotzen wieso bist du denn jetzt wieder rausgekommen was ist denn mit dir los hä was bist du denn für ein kamerageiles viech ist das dein ernst das hast du schon gesehen dankeschön oh mein gott da muss ich ehrlich sagen da kann ich nicht drüber lachen weil ich bin selber also ich habe selber eine allergie gegen wespenstiche und wenn ich von einer wespe gestochen werde dann kriege ich so richtig auch keine luft mehr und so weißt du dann schwillen so meine atemwege zu und so also das finde ich schon also das finde ich schon horrormäßig richtig krass also also für mich ist das schon next level horror sexy ist echt es ist widerlich also ich komme aus dem saarland ich liebe das und wenn ich jetzt die ganze zeit so mit den rädern findest du das geil sexy nein nein es ist nicht es ist nicht ja aber ich habe den spiegel auch zu hause liegen lassen ich musste mal ganz kurz hinterwaschen gehen ja dann aber nicht hier ist männer nadine ja mein gott sie geht sich halt nur die hände waschen nadine oh nein da kommen sogar männer rein wie er nur mal kontrolliert warte ist das wirklich männer klo warte ist das wirklich männer klo der mann dann direkt so oh männer äh frauenbesuch ich habe ja auch meine sünden und ich sage euch shisha kannst du sehr gut auch mit wrst und maus rauchen du musst das ding nur zwischen deine beine klemmen warte das hört sich auch falsch an und es sieht dann auch falsch aus warte was warte was warte was warte was warte was warte was was hat sie gesagt man kann die shisha zwischen die beine klemmen und sie mit wrst rauchen hä bin ich jetzt zu lost warte 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 was ich habe es gar nicht gecheckt warte 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 ich auch das muss uns das nochmal angucken ich habe ja auch meine sünden und ich sage euch shisha kannst du sehr gut auch mit wrst und maus rauchen du musst das ding nur zwischen deine beine klemmen warte das hört sich auch falsch an und es sieht dann auch falsch aus aber ist egal es funktioniert ich verstehe es nicht ich habe Fragen ich auch hier ist das das da da hier geht's auch ich bin draußen du bist irgendwie verschwunden grad vor mir ja ich bin draußen hier auf den sack zu gehen ach so während des zackens wenn deine hände mit via sd und maus belegt sind so ja schon aber du hast doch dann so ein schlauch bei der shisha immer und wenn du die shisha zwischen die beine klemmst das ist ja noch allgut aber ähm wie hältst du denn dann den schlauch also ich meine ne also ich höre gerade auf alle fälle was fahren ich muss erstmal die fahrschule wiederholen ich werde mir diese info bei luria ich werde euch darüber aufklären ich bin noch nicht ich bin noch nicht in dem beruf kann das mal bitte jemand klippen was ist dein warum hast du dies machen mein vater wird seit 20 jahren jedes mal mercedes und er wird sich sehr sehr darüber freuen dann ist dein vater reich genug um dir das modell zu kaufen oh oh hox genommen warum du was genau hast ein kondom warum hast du es angenommen keine ahnung digga weil ich nett sein wollte wollen wir ein kondom haben brauch ich nicht ich spiel valorant was 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 ist das denn für eine aussage entschuldigung brauchst du ein kondom ne brauche ich nicht ich spiel valorant hä hab ich was verpasst bitte genau bitte ja das schützt achso sagt ihr dann euren euren armeemarschierern dann auch ja nein ihr macht jetzt pause wir spielen valorant oder wie ja mit valorant hast keine zeit für eine freundin keuschheitsgürtel okay 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 macht ihr nichts draus ich habe auch kein hallo bekommen hä wir haben direkt wir sind direkt ins gespräch nein jetzt habe ich es doch gemacht okay leute ich muss das mal ganz kurz sauber machen jetzt habe ich schon wieder umgeschmissen alles ne hier gibt es ein bälle bot auf auf schwanz jagd ich habe jetzt nicht wirklich gerade monster energy über meine schulter ja die frage ist warum hat er das ne oder ich habe es nicht gesehen warum hat er das gemacht ich habe es nicht gecheckt achso er hat seinen rücken oh mein gott einfach anders los das bin einfach 150 prozentig ich einfach 150 prozentig ich das ist mir auch schon hundert mal passiert ich habe jetzt nicht wirklich gerade monster energy über meine schulter doch hast du ja ne oder jetzt mach dich sympathisch ja ey der rote der ist nur dein t-shirt doch der rote man damit das bier nicht so allein im magen ist die hat schon auch gehört da macht jemand einen handstand an der wand und fickt die wand dabei warum chat warum warum ich ne und ihr fragt euch wieso ich nicht auf die gamescom gehe ja genau warum 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 was macht ihr denn da ich kann das doch nicht ich möchte kurz anmerken dass gerade war journalistische arbeit ja ich habe gerade einen moment der zeitgeschichte festgehalten oh nein das war mega gut oh mein gott einfach wie viel talent ich nicht das ist halt eine gute sache okay wirklich i can't nochmal klippi du mutest ja immer und scheiße und dreck und solche sachen ich gebe dir jetzt mal ein paar sounds vor die kannst du einfach einblenden das ist viel witziger es ist viel witziger als silence zu hören test es mal treffen ist ein warnsignal das wenn ihr mein buch nicht kauft dann bin ich heute nacht unter eurem tisch unter eurem bett ich meine euer ich ich will euch nur darauf hinweisen und danach ihre abonnentenzahl so piu diese mühle nicht dass ihr auch rein fallt weil oh nein oh nein oh nein oh nein nein ich bin in der mühle hilfe 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 und der hund süß oh mein gott ist der hund cute können wir darüber reden wie cute der hund ist oh mein gott süß oh er ist so ein feini guck mal chat oh hier oh nein oh nein hilfe bei pfeil so können wir umlagern ja wofür kommen noch ein schluck auf drei eins zwei drei blm ja können wir umlagern können wir umlagern Das sind Folgen. Es ist so gut. Er lebt wieder. Nee, er ist direkt wieder gestorben. Er lebt und ist direkt wieder gestorben. Ich schwöre dir, in dieser Redaktion arbeiten ist der geilste Job der Welt. Schatz, was ist passiert? Steffi Graf, von Schlägern zum Krüppel gemacht. Von Schlägern zum Krüppel gemacht? Ich würde jetzt tippen, dass sie eigentlich zusammengeschlagen wurde. Aber das hätte ich gehört. Was hat sie für einen Sport betrieben? Ah, lol! Die war ja Tennisspielerin. Ja, ihr Knie und die Hüfte sind kaputt vom Tennisspielen. Oh mein Gott, das wäre richtig smart. Oh mein Gott, das ist wirklich richtig smart. Ich musste, sorry, ich musste das mal ganz kurz reflektieren, weil ich weiß ja auch, sie ist Tennisspielerin und so. Und, äh, oh mein Gott, wie smart sie einfach das, äh, umformuliert haben, nur um einen Möchtegern-Skandal zu machen. Puh, noch nicht mal Falschaufsage. Und deswegen, Kinder, lasst euch nicht von Headlines beten. Ist halt wirklich so, ne? Es ist halt wirklich, aber, ey, wirklich Props an den Journalisten, also hier, der, der das gemacht hat, äh, gemacht hat. Ich habe heute Sprachfindungsstörung, äh, Wortfindungsstörung, meine ich. Ähm, Respekt an die Person, die das gemacht hat, weil, das ist halt schon krass. Es ist schon, es ist schon sehr, sehr smart gelöst. Das ist ja richtig smart. Ja, oh mein Gott, richtig gut. Ey, aber Chat, auch das ist ein Talent. Auch das ist ein Talent, was man anerkennen muss. Wirklich. Also, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Hino. Ja. Oh Gott. Was? Was? Ich habe über 1300 Stunden in Konen und das habe ich noch nie geschafft. Das habe ich noch nie geschafft. Was? Hallo? Ich habe Nachholbedarf. Ich muss wieder Konen spielen. Was ist da? Was? 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 Wie hat er das gemacht? Oh mein Gott, wir müssen uns das nochmal angucken. Warte. Ich muss hier Einstellungen. Äh, wieder gab es Geschwindigkeit. Halbe machen wir. Chat. Achtung. Guckt, wie er hechtet. Er springt. Achtung, jetzt. Wie macht er das? Ja. Oh Gott. Why? Wie hat er das gemacht? Hä? Wie hat er das gemacht? Stabiler Körper. Ist wirklich so was? Hechtssprung gibt es? War zu hoher Fallhöhe. Oh mein Gott. Ich kann das doch mal. Also wirklich. Hä? Wie geil einfach. Ich muss es mir nochmal angucken. Guckt. Oh Gott. Ey, ist das in dem Augenblick eigentlich ein Bug oder ist das schon ein Feature? Ich bin für Feature, Chat. Ich bin definitiv für Feature. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe einfach Gronkh über... Ich habe einfach Gronkh über dem Bett hängen. Jetzt kann ich in Frieden schlafen. Na, fühlst du dich immer noch so mächtig auf deiner Position? Alles klar. Okay, ich rate mal. Dieses Wukong-Spiel ist auch so ein... so ein... so ein... so ein Souls-like, ne? Erinnert mich irgendwie an Tomb Raider. Ja. Ist so. Anscheinend. Anscheinend ja. Ich würde sagen, okay. Oh Gott, dafür wäre ich bestimmt zu dumm. Ne, ist kein Souls. Also nicht Ja bis für so. Gehen die das auch noch? Erik, ja, daran dachte ich... Ich muss mich hier auf meine Reaction konzentrieren. Sorry, ich kann auf solche Fragen jetzt nicht antworten. Ich bin nicht multitaskingfähig. Oh Gott, dafür wäre ich bestimmt zu dumm. Ja. Also nicht Ja bis für so. Ja, ich auch. Erik, ja, daran dachte ich auch gerade. Das war nur dafür zu dumm. Ja, das war nur eine Feststellung. War gar keine Feststellung. Das war nur eine Feststellung. Das war nur eine Feststellung. Das war nur eine Feststellung. Ich finde es so, boah, boah. Okay. Ja, ich kenne es nicht. Ich kann es nicht. Keine Ahnung. Ja. Nackt ist es. Ey, scheiß doch auf jede Uniform. Diese Rüstung taugt mir nicht. Ich muss nackt kämpfen. So wie Gott mich zuf. Alles klar, Ansage ist raus, Chat. Wir kämpfen nur noch nackt. Das Q in Leitmotiv steht für die Qualität, die Yin-Yah dazu gebracht hat. Oh, das Q in Leitmotiv steht für Qualität, die ich dazu gebracht habe. Jetzt. Keine Ahnung. Come, 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 come. Ich erfüll dich. Nein! Lolo! Also, Engi, das ist echt cool. Das ist nicht, aber auch zu... Zahl in den Chat, schreibt mir ne Zahl in den Chat. Ich beweis euch was. Ich beweis euch was. Schnell, Chat, schreibt ne Zahl. Sechs. Sechs. Äh, acht. Acht. Alter. Das waren sieben, ne? Acht. Das bin ich Montagmorgens vor der Arbeit, um mich zu motivieren. Ich auch. Ach Asche. Siehst du, süß, ne? Acht. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau. Bin so lange nicht geflogen. Aber Ranger, du bist doch gar nicht dick. Ich kann es sogar beweisen. Dicke sind lustig. Ja. Danke. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Das ist doch unfehl. Shift und Tab drücken. Warte. Gleichzeitig. Über 50.000 Menschen in Deutschland können immer noch keine richtige Steam-Einladung verschicken. Schreibt dich nicht an. Ja, bodenlos, dass das wirklich so viele noch nicht gönnt. Wie lade ich dich jetzt über das Spiel ein? Ey, Chat, das habe ich schon so oft gehört. Ich schwöre. Wo hast du die Einladung jetzt hingeschickt? Ich habe noch keine gekriegt. Hast du bei Steam geguckt? Ach, da. Ah. Okay. Ah. Ja, okay. Ach, da. Da hast du sie hingeschenkt. Okay, okay. Hallo, Chrissy. Was ist ein Shift und Tab? Ich kann das nicht mehr. Ich kann das offiziell nicht mehr. Der nächste fragt mich, was ist linke Maustaste. Ich sehe es kommen. Ob du es auch verwirrtst, welcher Fakt interessant ist. Äh, Entschuldigung, dass Marcel im Pissen steht. Äh, Marcel im Stehen Pissen. Dass er im Stehen Pissen ist. Warte, ich glaube, ich habe den Faden verloren, Nebi. Du hast den Faden verloren? Das ist nicht gut. Vor allem, wenn du deine Tage hast. Als Kind habe ich so gerne Würmer gesammelt. Ich kann mir das irgendwie gar nicht mehr so vorstellen. Weil ich jetzt mittlerweile halt so Angst habe vor so Insekten und so einem Scheiß. Aber Baby Remade damals ohne kein bisschen Furcht oder so von diesen Viechers. Ich habe einfach alle in meine Hand gepackt. Und dann immer, ich hatte dann immer halt so einen Ort, wo ich alle hingetan habe draußen. Und, ähm... Oh mein Gott. Rette dich. Halt durch. Nein. Wow. Das ist jetzt nicht... Das müsst ihr klippen. Hey, das war richtig gut. Oh mein Gott, wisst ihr, was man machen kann? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kleinerhin, ich werde, bitte, verurteilt mich jetzt nicht für... ... mit das, was ich tue. I'm sorry, okay? Ich komme hier nicht zurück. Oder du kannst versuchen. Drückst du schon? Ja, ja. Wir drücken beide. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert, Matteo. Du verarschst mich, du drückst mich. Nee, ich kann auch nicht mehr jetzt. Ich kann auch nicht mehr. Das hier hat auch immer deutlich die bessere Technik. Seine Hand ist so... Oh Gott. Oh Gott. Eingeknickt. Oh, jetzt drück... Oh. Was macht denn die Hand? Die Hand war gerade am Tisch. Das ist illegal. Okay, jetzt sie wieder weg. Am Knie. Okay, das ist okay. Oh Gott. Er hat einfach keine Kraft mehr. Ja, ist schon over. Dieser arme 48-jährige Mann. Das war's jetzt. Was soll denn jetzt noch werden? Ach so. Jetzt ist es vorbei. In Videospiele bist du gut, aber in real life nicht. In Videospiele bist du gut, aber in real life nicht. Ich mache mein Bett immer frei, ich ziehe meine Bettwecke gerade und dann mache ich mir so Häufchen aufs Bett. Okay, das klingt falsch. Klamottenhaufen aufs Bett. Ja, okay. Warum ist die Tür jetzt so weit weg? Oh mein Gott, Alter. Was ist das für ein... Guck mal, das. Alter, Scheiße. Alter, was? Alter, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, ich hab die getrüppelt. Habt ihr das gehört, wie er win-win gemacht hat? Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Der Zensiergeräusch? Alter, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, ich hab die getrüppelt. Lieb mir, liebe mir, wunderschöne Folge. Klippi, danke schön für diese wunderschöne Folge. Ich habe wieder sehr viel gelacht, zu Tränen gerührt. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächste Folge nächste Woche. Tschüss, YouTube. Tschaui.